Das Bild, was bei mir sofort aufgepoppt war, war einfach der Athlet als Maschine, der sozusagen immer funktionieren muss, egal wie die Rahmenbedingungen sind, egal wie das persönliche Gemüt sozusagen gerade dem entspricht. Im Football gibt es ja auch oft die Aussage, dass die Stage sozusagen zu groß ist, also man meint damit, dass bei einem großen, wichtigen Spiel, wie einem Playoff zum Beispiel oder dann im Football ein Superbowl, dass das sozusagen zu groß ist und man meint genau damit, dass die Leute sich das zu sehr zu Herzen nehmen, quasi emotional und geistig und dann unter Anführungszeichen nervös sind und dann einfach ihre Leistung nicht abrufen. Aufgrund dessen, was von außen an sie herangetragen wird. Und viele kennen, dass es gibt im Sport immer wieder mal sogenannte Trainingsweltmeister. Da gibt es wirklich arme Athleten, die im Training bessere Leistungen abrufen können. Also wenn es jetzt zum Beispiel um gestoppte Sachen wie beim Schwimmen oder Laufen geht, die können bessere Zeiten im Training erreichen, als sie es dann im Wettkampf bekommen, weil sie im Wettkampf so eine Situation im Kopf erreichen, dass sie so angespannt und aufgeregt sind, dass sie einfach das nicht mehr abrufen können, was möglich ist. Und ich glaube, da gibt es ein ganz breites Spektrum von Möglichkeiten. Und gerade im Team, du erinnerst dich vielleicht, war immer wieder die Situation die, dass man welche hat, also Athleten hat, die auf der einen Seite ein bisschen zu wenig sozusagen in der Aufregung sind und die man ruhig durchaus ein bisschen heranführen muss. Dass es welche gibt, wo das gerade super passt und dass es einige gibt, die durchaus zu aufgeregt sind sozusagen für ein Spiel und deswegen dann zum Beispiel in der Sicht massiv verengt sind und einfach, ich nehme an, dass das einfach Stresssymptome sind, also die, die einfach so angespannt sind, dass sie eben auch ihre Leistung nicht abrufen können. Und da ging es darum, die wieder sozusagen ein bisschen herunterzuholen, was wir getan haben mit mentalen Übungen und Ähnlichem, um sozusagen alle in diesen richtigen State zu bekommen, um ein Spiel spielen zu können. Und das gilt, glaube ich, für sehr viele Sportarten. Und ich glaube, es ist auch absolut legitim, diesen Schluss zu ziehen auf viele Arbeiten im normalen Berufsleben. Wir sprechen ja oft über, dass man im Flow ist und dass man dort eben die beste Leistung abrufen kann. Und da geht es ja im Wesentlichen um die Länge dieser Wellen, die im Gehirn sind, also dass du im Alpha-Stadium bist oder Beta, glaube ich, und das Flow, weiß ich jetzt gar nicht, in welchem das ist, aber einfach die Tatsache, dass du dann deine perfekte Leistung abrufen kannst. Und ich glaube, die meisten von uns kennen das. Es gibt einfach so dieses Stadium, wo du das Gefühl hast, jetzt geht dir einfach alles von der Hand. Du bist jetzt für zwei Stunden, schaffst du den halben Wochen Output und bist einfach unglaublich produktiv, bist genau in der Sache. Alles, was du angreifst, funktioniert und tut. Und alle kennen mal, dass das dann Phasen gibt, wo das nicht so ist. Alles, was du angreifst. Ich liebe es mir. Untertitelung des ZDF, 2020